Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Ja, heute geht es darum, dass ich mir ein paar Dinge angeguckt habe für unsere Kieler Open Source und Linux Tage, die dieses Jahr als ein Hybridformat stattfinden. Von daher brauchen wir ein anderes Streaming Setup. Ich habe mir drei verschiedene Möglichkeiten angeguckt, wobei zwei eigentlich gar nicht funktioniert haben. Von daher bin ich auf eine Dritte gekommen, zum Glück. Ja, wenn ihr auch sowas braucht, kompliziertere Streaming Setup für eure Veranstaltung, dann bleibt auf jeden Fall am Ball und guckt euch das Video an. Ja, unsere Kieler Open Source und Linux Tage finden dieses Jahr zum 20. Mal statt, vom 15.9. bis zum 17.9. Und es ist erstmals eine Hybridveranstaltung. Also das heißt, dass Dinge vor Ort stattfinden. Wir werden dort zwei Vortragsräume haben und es wird zusätzlich einen Online-Vortragsraum geben. Die Vorträge in den beiden Räumen, die auch vor Ort sind, werden auch gleichzeitig live noch gestreamt. Also es ist nicht bloß für das Publikum, was vor Ort ist, sondern eben auch alle, die übers Internet zugucken möchten. Der Online-Vortragsraum, der ist genauso wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Da haben wir einen BigBlueButton-Raum, in dem diese ganzen Vorträge stattfinden. Und die werden einfach quasi vom Webbrowser abgefilmt und dann gestreamt. Für die beiden physikalisch vorhandenen Vortragsräume wird es in jedem Raum einen Aufnahme-Laptop geben. Dort ist ein OBS, also das ist eine Software, mit der ich jetzt auch diese Aufnahme mache. Die kann eben auch live streamen. Und da kann man so Szenen zusammensetzen und das Ganze über verschiedene Plattformen streamen, Twitch, YouTube, was auch immer. Und an diesen Aufnahme-Laptop werden wir eine Kamera anschließen, dass man den Referenten eben auch sehen kann. Dann kommt eine Capture-Karte dazu, wo das Bild, was die Zuschauer in dem Raum auf dem Beamer sehen, nochmal digital abgegriffen wird. Das wird digital zusammen montiert in OBS, sodass der Referent und das Bild vom Beamer zusammengebaut sind. Das sieht dann halt besser aus, als wenn man jetzt den Referenten und das Beamer-Bild abfilmen würde über so eine Webcam. Normalerweise ist es ja so, dass das Beamer-Bild relativ hell ist und der Referent, naja, der hat ja normalerweise keinen Strahler im Gesicht. Von daher ist der immer zu dunkel, normalerweise. Und wir brauchen natürlich auch noch passende Beleuchtung für den Raum. Ja, damit man eben ein bisschen was sieht. So normale hier Deckenbeleuchtung ist meistens nicht so toll. Dann hat dieser Aufnahme-Laptop so eine Szene zusammengebaut, wo alles drin zu sehen ist. Der Ton kommt natürlich auch mit rein. Da gibt es noch ein Mikrofon bei. Und dann wird das Ganze in den Regie-Raum weitergeleitet. Also dieser Aufnahme-Laptop, der produziert quasi so einen Roh-Datenstrom für Audio und Video. Und in dem Raum sitzt auch jemand, der darauf aufpasst, dass der Ton nicht übersteuert ist. Und eventuell, dass das Licht auch von der Webcam in Ordnung ist, dass da ein bisschen gegengesteuert werden kann. Aber mehr soll derjenige in dem Raum an dem Aufnahme-Laptop auch nicht machen. Dann kommt dieser Datenstrom in den Regie-Raum. Und dort werden die meiste Zeit Jean und ich sitzen. Und diese Daten noch ein bisschen aufbereiten, damit die an den RTMP-Splitter, habe ich schon mal im Video erklärt, da wo es wackelt. Das ist so eine Standard-Methode, mit der man Audio-Video-Daten streamt. Das heißt eben RTMP. Und da wir verschiedene Plattformen gleichzeitig bespielen möchten, also wir möchten ja YouTube haben, dann wahrscheinlich auch Twitch, vielleicht Peertube, mal gucken, ob wir es dieses Jahr machen. Und einen OnCast haben wir auch noch. Also pro Raum haben wir denn vier Ausgabe-Streams. Und das senden wir an einen Verteil-Server, der aus einem RTMP-Stream eben vier Ausgangs-Streams macht. Und in dem Regie-Raum können wir dann eben gucken, ob das Bild in Ordnung ist. Dann kommen da noch diese, ja Bauchbinden heißen die Dinger. Da steht dann unten beim Video, welches Thema gerade läuft, wie der Referent heißt. Das kann man ein- und ausblenden. Und wenn die Vorträge durch sind, wir takten die so, dass die eigentlich immer zum selben Zeitpunkt anfangen und aufhören sollen. Ich hoffe, die Referenten halten sich auch dran. Dann kommt eine kleine Zwischenmoderation. Dann sagen Jean und ich, ja, übrigens im Raum 114 läuft als nächstes das. Im Raum 12 läuft dann das. Und übrigens in dem Online-Raum kommt gleich das. Genau. Und dann wird umgeblendet auf, ja, das, was in den einzelnen Räumen auch läuft. Also entweder die physikalischen oder der Online-Raum. Das läuft dann in der Regie. Da machen wir ja eben Regie. Am meisten Kopfzerbrechen gemacht hat mir eben dieser Weg von dem Aufnahme-Laptop zu dem Gegenstück im Regie-Raum. Da habe ich mir verschiedene Sachen überlegt. Wir haben uns auch Dinge mal zusammen angeguckt. Da komme ich gleich noch dazu. Und dieses OnCast, da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Da kann man sowas wie Twitch selber hosten. Also man kann seinen eigenen Video-Stream der Öffentlichkeit eben zur Verfügung stellen. Da gibt es einen kleinen Chat mit bei. Guckt euch da dieses Video an, wenn euch das genauer interessiert. Und da dachte ich mir, ich lasse einfach auf dem jeweiligen Aufnahme-Laptop so ein OnCast mitlaufen. Und das OBS, was auf demselben Laptop läuft, streamt direkt per RTMP, da ist es wieder, an das OnCast. OnCast ist für den Endbenutzer eine Web-Anwendung. Also ist eine Webseite und da ist eben dieser Web-Player drin. Den kann man im Browser öffnen und das kann man denn letztendlich auch abfilmen, wie wir das bei BigBlueButton gemacht haben. Und man könnte den auch in diesem internen Browser von OBS öffnen und dann den internen Browser, wo der OnCast-Web-Player drin läuft, in so eine OBS-Szene einbetten, um das Video daraus zu kriegen und das Audio daraus zu kriegen. Das war jetzt erstmal so eine blöde Idee. Habe ich ein bisschen rumprobiert. Warum ich mich jetzt relativ schnell dagegen entschieden habe, ist eine, naja, hohe Latenz. Hoch ist in dem Fall natürlich relativ. Wir haben hier mehr als 10 Sekunden. Das im lokalen Netzwerk. Das hätte ich eventuell noch verschmerzen können. Allerdings ist dieser OnCast-Web-Player so aufgebaut, dass da immer dieser Chat eingeblendet ist, dass das Videofenster relativ klein ist. Und man hätte jetzt das Ganze noch anders gestalten müssen. Der Quelltext von OnCast liegt natürlich offen. Aber man hätte an verschiedenen Stellen wahrscheinlich Anpassungen müssen, damit irgendwelche Dialogelemente nicht drin sind, keine Buttons und sonst was. Dass man das reine Videobild hat, denn das soll ja nachher auch bloß in dem Stream zu sehen sein. Da hätte ich eventuell CSS-Anpassungen machen müssen, HTML-Anpassungen oder vielleicht sogar den Go-Quelltext an verschiedenen Stellen ändern müssen. Dazu hatte ich jetzt ehrlich wenig Lust an der Stelle und dann kam diese Latenz dazu. Ja gut, und dann habe ich es auch wieder verworfen. Ich habe dazu auch ein Skript geschrieben, weil ich das einfach schnell aufsetzen wollte. Das basiert auf dem, was ich in dem Video hier schon vorgestellt habe. Ist ein bisschen anders, weil es lokal installiert wird. Darum ist es ein bisschen einfacher. Aber vom Prinzip her ist es relativ ähnlich. Da gucke ich heute mal nicht rein. Wenn euch das interessiert, könnt ihr aus den Folien euch das Skript runterladen. Könnt das angucken, anpassen, wie ihr wollt. Die Erklärung dazu gibt es in dem anderen Video. Nächste Variante. Da hatte ich SRT ausprobiert, beziehungsweise RIST und SRT. Das hatten Micha und ich schon mal ausprobiert in der Live-Sendung. Das war eine extrem lange Live-Sendung, wo wir zusammen das ausprobiert haben, beziehungsweise Micha hat eigentlich die meiste Arbeit dabei gemacht. Und ja, das ist ein neues und schnelles Übertragungsprotokoll für Streaming. Das wird von den großen Anbietern, YouTube und Co. auch nicht unterstützt. Aber man kann es mit OBS verwenden. Fand ich ganz charmant eigentlich. Schnelle Übertragung dabei, geringe Latenz. Wäre eine coole Sache gewesen. In der Live-Sendung haben wir eigentlich schon festgestellt, naja, diesen Server, den man da installieren muss, da hatten wir zwei Varianten. Der eine lief halt gar nicht, haben wir nicht zum Laufen gekriegt mit viel Nachlesen in der Doku und sonst was. Hat nicht funktioniert. Dann gibt es noch einen anderen Server, der relativ groß ist. Das Beste, was da rauszuholen war, war nachher ein Web-Player, in dem es Darstellungsfehler gab. Also OBS konnte dorthin streamen, aber das Bild, was nachher rauskam, war kaputt. Guckt euch das Ganze nochmal an, das ganze Trauerspiel letztendlich. Also das war auch nicht so gut, aber ich dachte, ich gebe dem Ganzen nochmal einen weiteren Versuch und probiere das nochmal aus. Ich habe jetzt versucht, nach anderen Lösungen zu gucken, ob es irgendwas gibt, was keinen Server verwendet. Und ich bin auch darauf gestoßen. Also es gibt ein YouTube-Video, Link ist hier auch in den Folien drin. Und dort wird vorgestellt, wie man zwei OBS-Instanzen miteinander koppeln kann. Also das eine OBS streamt an das andere OBS, sodass ich denn in einer Szene das einbette, was mir das andere OBS schon vorproduziert sendet. Coole Sache. Exakt das wollte ich ja auch schon haben von Anfang an. Also es scheint eine Möglichkeit zu geben. Ich habe mir das Video an den entscheidenden Stellen immer und immer wieder angeguckt. Ich habe das so nicht hingekriegt. Wer macht das Ganze auch unter Windows? Vielleicht ist es da anders. Die Version kann eine andere gewesen sein von OBS. Aber bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe lange rumprobiert. Darum habe ich die Idee erst langsam wieder verworfen. Was ich hingekriegt habe, war zwei OBS-Instanzen auf demselben Laptop zum Laufen zu kriegen. Die Verbindung ging aber bloß über Local Host. Und das ist ja eigentlich nicht das, was ich brauchen kann. Denn die beiden Rechner, also der Aufnahmerechner und der Regierechner, die stehen ja nicht im selben Raum. Und die sind vor allem auch nicht dasselbe Gerät. Also bringt mir so eine Verbindung über Local Host gar nichts. Selbst wenn das Ganze mal funktioniert hat, hatte ich immer wieder Verbindungsprobleme. Also es ist abgebrochen, die Verbindung. Dann ließ sich das Ganze nicht wieder herstellen. Die Ports waren irgendwie dann blockiert und ich hatte auch viele Abstürze. Also so viele OBS-Abstürze, beziehungsweise es friert denn ein. Und ich kann es bloß noch killen. Das war leider jetzt auch nicht die Lösung, die ich brauchen kann. Eigentlich sehr schade. Ja, was tun? Nummer 3. Realisierungsidee Teleport. Ich bin wirklich durch Zufall darauf gestoßen, dass es ein OBS-Plugin namens Teleport gibt. Da habe ich auch verlinkt, wo ich das gefunden habe. Da gibt es so ein Forum bei OBS. Da stehen verschiedene Plugins auch drin und die werden auch kommentiert. Und die Kommentare zu diesem Plugin waren äußerst positiv. Ja, kleiner Pferdefuß bei der Sache. Das Ganze gibt es nur vorkompiliert für Windows. Weil der Entwickler, der kompiliert das halt eben bloß für Windows. Der Quelltext ist aber frei und man soll ihn auch unter anderen Plattformen zum Laufen kriegen. Da schließen mich jedenfalls die Kommentare in dem Forum drauf hin, dass es geht. Und die waren eigentlich durchaus positiv, egal auf welcher Plattform sie waren. Dann habe ich hier mehr als zwei Stunden rumprobiert, das ganze Ding zu kompilieren. Ich bin jetzt kein Go-Experte. Das Ganze ist in Go geschrieben. Und wie man jetzt die Parameter so hinkriegt, dass man es kompilieren kann, ich wusste es nicht. Ich habe ja sehr viel im Internet gelesen, habe denn mal dieses, jenes ausprobiert. Also ungefähr zwei Stunden lang, habe es nicht hingekriegt. Und dann ist mir eingefallen, ich habe doch schon mal was zu Arch Linux gemacht. Und da haben sie dieses Arch User Repository, wo verschiedene Software drin ist, die also nicht unbedingt stabil ist oder sonst was, wo wirklich viel Zeugs drin ist. Und das Interessante dabei ist, diese Software wird aus Quelltexten gebaut. Und da gibt es jeweils so ein Rezept, also so eine Kompilieranweisung, wie das kompiliert wird. Und Hurra, das gibt es auch für OBS Teleport. Dann habe ich mir das angeguckt, was da in diesem Rezept drin steht, in dieser Bauanweisung. Habe da diese Kompilierungsparameter rausgefummelt und konnte das kompilieren. Ich habe das denn unter Linux Mint 21 zum Laufen gekriegt. Das läuft wunderbar, also es läuft stabil. Ich habe es jetzt über eine Stunde einfach mal ausprobiert. Der eine Laptop streamt seinen OBS an den zweiten und der zweite zeigt das an. Und ich hatte leise auch den Ton bei beiden Laufen und diese Latenz zwischen einem und dem anderen ist extrem gering. Also irgendwie unter einer Sekunde. Das ist wirklich super. Und was auch toll dabei ist, das ist super einfach zu konfigurieren. Also ich aktiviere den Teleport in dem einen OBS, setze ich ein Häkchen. Dann vergebe ich für meine OBS Instanz, von der ich aus was senden möchte, einfach einen Namen, damit es wiedergefunden werden kann, stelle die Qualität ein und im zweiten OBS packe ich Teleport in eine Szene rein. Da gibt es denn eine Liste mit den Sendern von Teleport in meinem lokalen Netzwerk. Da sage ich einfach, ich möchte den jetzt da haben und schon habe ich das da drin. Und das hat funktioniert. Super Sache. Gucken wir uns dann auch noch mal an, wie dieses Skript aussieht, was ich daraus gebastelt habe. Ich installiere erst mal OBS und die Entwicklerpakete. OBS selbst, die Software als solches, ist das hier. Dann installiere ich hier die Entwicklungspakete für OBS. Das brauche ich, damit ich Plugins kompilieren kann. Da das Plugin in Go geschrieben ist, brauche ich auch noch den Go Compiler. Git, damit ich den Quelltext runterladen kann. Und lib.jpg62.dev brauchte ich eben auch noch. Hatte ich nicht auf dem System, musste ich nochmal nachinstallieren. Dann hole ich mir den Quellcode mit Git. Dann wechsle ich einfach da rein und dieses neu erstellte Verzeihnis, da ist der Quelltext drin. Dann habe ich hier nochmal, wo ich das gefunden habe. Da ist die Bauanweisung für Arch drin und daraus habe ich mir jetzt die relevanten Teile einfach ausgenommen. Also die Variable Paketname, Paketversion hätte ich auch anders machen können. Ich habe es aber so gelassen, wie es bei Arch drin war. Dann habe ich hier einmal Go Compiler Flex für C++. Denn Teile werden aus C bzw. C++ Quelltexten kompiliert und mit der Bibliothek von OBS verbunden. Weil die in C oder C++ geschrieben ist und da gibt es so eine Verbindung von dem Go Teil, der in Go geschrieben ist und zu den anderen Teilen dieser Bibliothek, die OBS ist. Und diese weiteren Sachen wie hier LibJPG und viele andere Weite, die sind eben in C und C++ geschrieben. Und damit das funktioniert, muss man dem C bzw. C++ Compiler noch verschiedene Parameter mitgeben. Ansonsten kriegt man dieses Plugin nicht kompiliert. Hier wird zum Beispiel der Suchpfad für die Header-Dateien angepasst. Denn in den Quelltexten von den Go-Modulen steht was anderes drin. Also da werden diese OBS-Header-Dateien an einer anderen Stelle gesucht und der Compiler findet sie nicht. Darum muss man ihm noch mitteilen, ach übrigens, guck auch nochmal in dieses Verzeihnis USR include OBS. Da sind auch noch welche drin. Und wenn die da drin sind, die du haben willst, dann werd glücklich damit und kompiliere es. Also das funktioniert ohne das schon mal nicht. Das habe ich auch per Hand bei meinem Rumprobieren hingekriegt. Dann mit der Bibliothek JPEG, muss man noch sagen, dass die mit dazu gelinkt werden soll. Damit die Funktionen, die in der Bibliothek drin sind, auch in dem Modul verknüpft werden. Sonst läuft das nicht. Genauso wie mit hier OBS. Diese Bibliothek muss auch noch dazu gelinkt werden. Und OBS Frontend API auch noch. Ja, und dann haben wir hier noch für den Go-Compiler verschiedene Einstellungen, die wahrscheinlich exakt genau so sein müssen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Also wahrscheinlich hier C-Shared, damit das Ganze nicht versucht wird, statisch zu kompilieren, was wir nicht können. Und ja, Trim weiß ich nicht genau, was es macht. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass das Ganze getrimmt wird, dass da keine Debug-Symbole drin sind. Das ist eine Vermutung, ich weiß es nicht. Hier ist Mod Read Only. Keine Ahnung, was es macht. Und das hier weiß ich auch nie, was es macht. War mir letztendlich auch egal, denn es hat funktioniert. Damit der Compiler einmal angeworfen wird, gibt es hier dieses Go-Build. Und dann teile ich hier verschiedene Parameter nochmal mit. Also das ergänzt sich. Die hier werden in Umgebungsvariablen gesetzt. Und dann gibt es hier nochmal zusätzliche Parameter, wie jetzt hier die Version von dem Modul ist. Wie die Datei heißen soll, in der das Ganze gespeichert wird. Da haben wir ein SO, das ist ein Shared Object. Also sowas ähnliches wie eine DLL unter Windows. Das heißt hier eben SO, ist ein bisschen anders, aber prinzipiell macht es dasselbe. Dann habe ich hinterher mein Plugin als SO-Datei. Und dann installiere ich das Ganze. Also wirklich installieren ist es ja nicht. Es ist ja eigentlich nur ein Verschieben von dem fertig kompilierten Modul in das richtige Verzeichnis. Wenn ich dann OBS starte, dann habe ich den Eintrag, dass ich Teleport aktivieren kann. Und in der Szene kann ich es eben auch einbauen. Ja. Also wenn ich früher drauf gekommen wäre, dass es das bei Aura gibt, dann wäre ich deutlich schneller fertig geworden. So hat es mich wieder einige graue Haare gekostet. Und ja, ich wäre deutlich schneller gewesen. Wenn ihr sowas vorhabt, dann macht es gleich so. Oder wenn ihr sowieso Arch verwendet, dann braucht ihr das Ganze nicht. Dann könnt ihr es einfach installieren. Und dann seid ihr damit durch. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Bisschen kürzer oder es kommt mir gefühlt kürzer vor, dass da weniger drin ist. Ich hatte wirklich eigentlich überhaupt keine Zeit, sowas zu machen. Aber die Kilo Open Source und Linux Tage, da brauchte ich es halt für. Von daher habe ich es eh gemacht. Und da ich diese Sachen dokumentiere und am besten dann auch noch Skripte, dachte ich mir, ich stelle euch das mal vor. Ja, ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis zum nächsten Mal. Und natürlich guckt bei den Kilo Open Source und Linux Tagen vorbei. Entweder direkt vor Ort oder, falls ihr es nicht könnt, wollt oder aus anderen Gründen, dann guckt einfach online mit zu. Oder beteiligt euch. Wir haben auch ein paar Workshops. Einen kann man auch nur online machen. Von daher könnt ihr da auch ein bisschen mitmachen. Aber das wirklich Tolle ist wieder vor Ort. Ja, bis dann und tschüss. Ja, bis dann.